Im Mittelalter profitierte Europa von der wissenschaftlichen Blütezeit in der arabischen Welt. Über Spanien und dem lange arabisch beherrschten Sizilien gelangten Schriften und Wissen nach Europa. Zahlreiche Universitäten wurden damals gegründet. Anfang des 13. Jahrhunderts wurden die wichtigsten antiken Grundlagenbücher überliefert, das Werk des genialen Ptolemaius. Die Standardwerke der Mathematikgründerväter Archimedes und Euclid. Und die Schriften des Philosophen Aristoteles. Dazu kam, was Perser, Inder und Araber über Mathematik und Optik, über Medizin bis hin zur Philosophie geschrieben hatten. Durch die Übersetzung ihrer Bücher wurde Europas Wissen auf ein völlig neues Niveau katapultiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017